Wir bei Eintracht Dortmund statten unser Tribünenüberdachung mit Photovoltaik aus. Das ist ein weiterer Schritt zum klimaneutralen Sportverein. Zuschüsse aus dem Landesprogramm moderne Sportstätte 2022 haben dabei sehr geholfen. Wir haben natürlich auch selbst investiert, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Der Sanierungsstau ist groß bei uns und auch bei unseren Nachbarvereinen. Von der neuen Landesregierung wünschen wir uns weitere einfache Förderprogramme, die schnelle Genehmigungsverfahren haben und die uns dabei unterstützen und helfen, unsere Sportstätten zu sanieren und vielleicht auch zu erweitern. Die Politik kann sich darauf verlassen, dass die Vereine diese Mittel nachhaltig und effektiv einsetzen. Die Politik kann sich darauf verlassen, dass die Vereine 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 die